Durch den modularen Aufbau der Anlage sind die Umrüstzeiten entsprechend kurz und wir können flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren. Wir sind in den Stückzahlen ab Losgröße 1 in der Lage zu produzieren und durch den hohen Automatisierungsgrad und den Einsatz modernster Technologie sorgen wir für Prozesssicherheit. Nun, eine solche flexible Automatisierungsanlage ist gänzlich etwas anderes als eine 24-7-Anlage, die für ein einzelnes Teil bestimmt ist. Diese Anlage haben wir deshalb speziell innerhalb der Stäubli-Gruppe mit viel Leidenschaft, Innovationskraft und Know-how konzipiert. Dabei sind intelligente Robotiklösungen und leistungsfähige Schnittstellen, wie zum Beispiel unser CompiTag, integriert worden, welche unseren Kunden helfen, ihre Produktivität zu steigern. Nichts liegt uns näher, als diese Kompetenzen auch in unserer eigenen Fertigung zu nutzen. 그렇 Thanks a lot! Untertitelung des ZDF, 2020